Hemangiome sind Erscheinungen in der Haut, die man auch als Blutschwämmchen bezeichnet. Und dieser Begriff ist aber uneinheitlich, wird er benutzt und es ist nicht unbedingt immer klar zu sehen, um was genau es sich dabei handelt. Und es ist so, dass Hemangiome ja Veränderungen auf der Haut sind oder in der Haut. Und Kurt Hicketier, der Begründer der Antlitzdiagnose, sagt ja, Veränderungen auf der Haut oder auch in der Haut sind Blüten innerer Zustände. Sie zeigen an, dass im Geschehen des Körpers irgendwo etwas schief läuft. Und man kann diese Hemangiome auch verändern oder diese können sich verändern durch die Einnahme von Schüsselersalzen nach der Antlitzdiagnostik. Und es gibt aber hier kein spezielles Mineralsalz, was man da empfehlen kann, denn die Entstehung der Hemangiome kann auf verschiedenen Wegen passieren, also auch durch verschiedene Mineralsalzmängel. Und deswegen sollten wir hier grundsätzlich nach der Antlitzdiagnose vorgehen. Aber Hemangiome sind Veränderungen im Bereich der Blutgefäße, der Kapillargefäße, die eben auch schon ein Hinweis sind, dass eine schwerwiegendere Störung, also nicht gefährlich, ist. Und die brauchen immer etwas länger. Da braucht es also auch etwas Ausdauer, wenn man diese behandeln will. Aber grundsätzlich würde ich nicht bei einer Behandlung von Hemangiomen oder auch anderen Erkrankungen, die auf der Haut stattfinden, immer das Augenmerk nur auf diese Hautstellen richten, sondern eben auf das Innere des Körpers, um dort dann alles in die Ordnung zu bringen. Und dann ist es also auch schon zu beobachten, dass sich Hemangiome dann verändern, dass sie also weniger werden und im besten Falle auch verschwinden können.